Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter, letzter Teil, ich glaube zu dem Horoskop möchte ich nicht mehr allzu viel sagen, genau genommen gar nichts. Und wir gehen gleich über zum Nikolaus von Myra. Eine ganz interessante Persönlichkeit, sehr, sehr spannend, sehr aufregend. Wir kennen ihn in erster Linie mit seiner großen Haube, mit einem weißen Bart und vielleicht sollte er noch Sonnenbrille tragen, weil dann wird man gar nichts mehr erkennen. Aber ganz spannend ist, sein Geburtstag liegt irgendwo zwischen 2270 und 286 nach Christus, aber noch exakter ist dann sein Sterbetag. Den weiß man genau, das ist der 6. Dezember, aber ob das jetzt 326, 345, 351 oder 365 gewesen ist, schmeckt es. Also ganz interessant, also für mich ein Phantom. Und schauen wir mal, dieses Phantom soll, sagen wir 326 nach Christus, uns wieder verlassen haben. Und schauen wir gleich einmal zum Konzil von Nicea rüber, weil Nikea, Nike, Nike. Schon mal sehr spannend, oder? Dass da der Nike doppelt vorkommt. Und hier Konstantin I im Jahr 325 nach Christus. Bingo! Also hier haben wir schon eine kleine Spur. Schauen wir uns einmal diese Spur näher an. Nikolaus. Nikolaus ist griechisch und leitet sich vom griechischen Nikau, Siegen, hat nichts mit Nihauma zu tun, das ist im China-Restaurant. Und Laus, das Volk. Die Bedeutung kann Sieger des Volkes sein, aber das glauben wir nicht, denn die Bedeutung bedeutet Sieger über das Volk. Aha, Sieger über das Volk ist der Nikolaus. Na, da wird es schon einmal spannend. Nikke, Nikke, kennen wir ja, Nikke ist die Siegesgöttin. Ganz interessant, sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Es gibt keine Geschichten. Also Nikke ist einfach, die ist da, brak, so aus dem Himmel herausgefurzt und brak, jetzt ist sie da, unsere Nikke. Oh, Volksgenossen, oh, wir wissen auch nichts Genaues. Über alle griechischen Götter gibt es Sagen, Legenden, kleine Geschichten, Begebenheiten, irgendwas. Nur von der Nikke gibt es gar nichts. Na, das ist zumindest spannend. Aber schauen wir mal, was hinter der Nikke denn stehen könnte. Wir wissen ja, dass die Nikke der Sieg ist. Aha, bei der Nikke haben wir ja schon eine ganz interessante Fährte. Die Nikse. Ja, ich weiß, auf Lateinisch, Nix, Nivis ist der Schnee, schon klar. Aber Nix ist Nix. Und die Nikse. Ah, die Nikse ist ein Wassergeist. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es sehr interessant. Ein Wassergeist. Der Geist in der Flasche. Das ist eher der Weingeist. Aber schauen wir mal, weil die Nikse hat ja einen Mann, einen Partner. Das ist der Nöck. Der Nöck, ja, den haben wir das Genöck, das Genick zu verdanken. Das wusste schon der heilige Florian, der erste Christ in Österreich zu spüren. Der Nöck ist eine Sagengestalt, ein Fabelwesen. Insbesondere, na, da haben wir es schon wieder. Da haben wir es schon wieder. Ein Wassergeist oder ein Wasserwesen. Der Nöck gehört zur Gruppe der Wassermänner. Aha, der Wassermann ist ein Oberbegriff für männliche Wassergeister. Eben das Gegenstück zu den Undinen. So gibt es die Nikse. Na, das ist ja mal spannend. Also hier haben wir ja schon mal einen eleganten Hinweis. Also Nikse und Nöck sind Wassergeister. Und hier haben wir ein ganz interessantes Video. Übrigens gibt es hier sehr, sehr gute, halbwissenschaftlich, aber doch sehr, würde ich sagen, brauchbare Videos zu dem Thema Are Mermaids Real? Also sind Meerjungfrauen real? Und hier wird verwiesen auf 7000 Jahre alte Höhlenmalereien, wo wir dann auch sozusagen kriegerische Auseinandersetzungen sehen, wo die vom Land mit Pfeil und Bogen auf die im Wasser schießen. Sehr spannend, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr gemieden dieses Thema. Man soll es nicht wissen. Also es gibt hier zahlreiche merkwürdige Videos. Natürlich sind die meisten sehr, sehr unseriös. Aber ihr wisst ja, unseriös wie die, was auch immer. Und wer ist der gute Nöck? Der gute Nöck ist ja nicht nur bei uns bekannt, sondern er ist ja auch an der Rhon in Frankreich bekannt. Und zwar wurde er hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man das lesen? Ich halte das irgendwie blöd wahrscheinlich, oder? Hier besteht der Lindwurm an der... Hier. So leben in der Rhon, also in Frankreich, böse Drachie. Hier haben wir schon wieder Wassergeister. Schaut mal. Wassergeister, die menschliche Gestalt annehmen können, Frauen und Männer rauben, uns ins Wasser ziehen. Die Drach, daher Drache. Drachen, sie fordern ständig ihre Opfer. Wir wissen ja, der Lindwurm in Kärnten. Lindon ist ja der See auf Keltisch. Sehr spannende Zusammenhänge, die wir hier finden. Und wir wissen, dass man sozusagen den Wassergeistern Tribut zahlen musste, indem man eine Münze ins Wasser geworfen hat. Auch an der Donau war es der bekannte Spruch, wenn ein Donauflößer ins Wasser gefallen ist, hat man gesagt, gib dich dem Nöck hin, also dass die Wassergeister auch etwas zu essen haben. Sehr interessante Einstellung, also ganz interessant. Also wir erfahren hier, dass die Wassergeister Gestalt annehmen können. Und das kennen wir ja. Wir kennen ja überall diese Legenden von der weißen Frau, der verlockenden Frau. Und in den Bergen haben wir eine andere Legende. Da ist der Krampus, der ist aber am 5. Dezember. Am 6. Dezember ist der Nikolaus, von dem nur sein Todestag bekannt ist. Wann er geboren ist, was war er, da weiß man eigentlich gar nichts. Ob er, wann er gestorben ist, das weiß man schon. Und ich würde sagen, wir nehmen einmal astrologisch betrachtet die Grade 13 und 14 einmal näher unter die Luppe und rechnen so ein Zeitalter zurück, also so über 2000 Jahre zurück. Und da kommen wir auf 13 Grad Schütze ungefähr auf, das ist jetzt auf 13 Grad Steinbock. Manubrium. Und hier steht Omega Sagittarii. Sagittarius ist ja der Schütze. Und nach Manubrium kommt Vega. Okay, also das könnte sich hier 5. 6. Dezember vor über 2000 Jahren um Manubrium und Vega. Hier derzeit 15 Grad, 19 Capricorn. Das ist schon eine ältere Ausgabe, ja. Also hier haben wir einen Abstand von einem Grad, Manubrium ein Grad vor Vega. Und hier steht es Fortunate. Also das heißt, ich schaue immer im Zweifelsfall ein bisschen am Himmel, da können wir die Erklärungen finden. Also das heißt, das könnte Manubrium sein, der Krampus. Nur, woher kommt denn der Krampus? Wer ist das? Na, Krampus, wissen wir, entführt die Kinder in seiner Butte, um sie sozusagen auf unterirdische Führungen mitzunehmen. Und sie waren dann nicht mehr gesehen. Hier steht auch, ja, ich meine, was sich hier, ja Teufel, Teufel, sehr interessant. Und woher kommt der Name Krampus? Krampus ist ganz einfach. Wir haben noch heute den Krampen oder auf Deutsch die Krampe. Die Krampe heißt nur die gekrümmte, die gebogene, ja. Gebogen, rund, buklert, ja. Wie wir sagen, der Krampate, der sozusagen in der Unterwelt gelebt hat. Und vor dem die Leute große Angst hatten. Wer fürchtet sich vor dem schwarzen Mann? Wir können uns erinnern an dieses großartige, wundervolle, beliebte Broadway, was Broadway-Stück? Mein Freund Harvey. Insgesamt 1750 Mal hat dieses wertvolle Stück sozusagen seine Inszenierung gefunden. Ich schaue nur, wo diese Zahlen stehen. Ist eigentlich wurscht. Ich weiß, dass es so war. Es war fünf Jahre lang auf der Spielliste. Ist doch herrlich. Ist doch wunderschön. Großartige Handlung. Ich habe dann auch den Film mit James Stewart gesehen und bin, glaube ich, mehrmals eingeschlafen. Aber das macht nichts. Jetzt, wir haben es hier mit einem Wehen zu tun. Der HW ist ein sogenannter Pukka. Pukka, wie wir wissen, ist was? Pukka, Buche. Hier, Pukka. Hier ein Pukka. Schauen wir uns gleich an, was ist Pukka, bevor wir uns das anschauen. Ihr wisst ja das Wort Puche, Bukka, Bukkula, der Bogen, Biegen. Sozusagen da ist wieder die Krümmung. Also da Krampate. Das heißt, wir haben hier schon wieder ein anderes Wort für Krampus. Der Pukka. Oh, was haben wir hier? King Puk? Na, ist das nicht ein wundervoller schwarzer Ziegenbock mit Krone? Wow. Unser gehörter als der König. Na, das ist ja spannend. Der Pukka, der Pukka, 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 Pukka. Großartig. Pukka. Also herrlich, herrlich. Überall dieselben Worte. Die Buche, Bogen, Biegen, Backen. Herrlich. Und dann irgendwie, irgendwie erinnert er mich. Oje, oje. An wen erinnert er mich denn? Na, das ist ja spannend. Hier haben wir ja jetzt schon mal was Handfestes. Es führt eine Fährte zu den Templern. Aber die Templer sind erst viel später gekommen. Das heißt, wir wollen uns da in den Jahrhunderten bitte nicht verirren. Sondern, was können wir unterm Strich sagen? Wir können unterm Strich sagen, dass es merkwürdige Begebenheiten hat. Es sind noch immer heute unerklärte Phänomene, dass zum Beispiel Delfine den Menschen beim Fischfang helfen. Warum machen sie das? Das ist ein völlig widersinniges Verhalten, weil sie sozusagen ihren stärksten Konkurrenten, ihrem größten Fressfeind, den Menschen sozusagen, die Fische in die Netze treiben. Vielleicht hat es damals ja eine Fangsymbiose gegeben, zwischen Meerjungfrauen, Nixen oder Nöck genannt, und den Delfinen. Vielleicht verstehen die sich ja recht gut miteinander. Vielleicht haben sie ja gemeinsame Feinde, auch Haie genannt. Also ganz interessante Dinge, die man hier aus dem 5. und 6. Dezember ablesen kann. Eines kann ich euch hundertprozentig sagen, dass der Schwachsinn, der uns über Krampus und Niccolo erzählt wurde, ein völliger Blödsinn ist. Es gäbe vielleicht noch eine andere kleine Erklärung in keltischer Vorzeit, weil es so üblich, dass der Druide, ihr wisst ja, Druide kommt von Truuit. Wir gehen auf Nein. Immer Nein ist immer das Beste. Truuit, Ton weg. Na, weg ist der Ton. Truuit heißt ja nur großes Wissen. Tru, tri, trvo, Holz, der Stamm, stark wie ein Stamm. Und hier haben wir es mit großem Wissen zu tun. Uit, der Witz, Witt, Vitu, die Weden, Traviden und so weiter. Unser Druide ist sozusagen von Hof zu Hof marschiert und hat den Menschen dort gewisse Dinge gesagt. Und zwar hat er ihnen gesagt, dass zum Beispiel in der schlechten Zeit die Hexen vom Himmel fliegen. Die Hexen am Himmel ist die stärker werdende kosmische Strahlung, weil die Sonne, die nachlassende Sonne, 23 Grad Ekliptik, Bahnneigung, dass die schwächer werdende Sonne sozusagen dieses Energiefeld nicht mehr aufbauen kann und die kosmische Strahlung nicht mehr abhalten kann. Das sind sozusagen die Hexen aus dem Himmel und gleichzeitig kommen dann auch die Geister aus der Erde heraus. Auch hier hat das nachlassende Sonnenfeld sozusagen die Möglichkeit offenbart, dass Radioaktivität, negative Strahlung von der Erde aufgestiegen ist. Und die Druiden haben damals die Leute davor gewarnt, Kinder zu zeugen, weil diese Kinder, also wie die Germanen sagen würden, Skrelinger wären, also Schwächlinge wären, also Menschen wie ich, weil es geht hier um das Sternzeichen Jungfrau, welches verhindert werden soll mit der Krampus- und Nikolaus-Geschichte. Sozusagen passt auf, habt keinen Sex, damit sozusagen keine schwachen Kinder hervorgehen, denn die Zeugungszeiten waren damals klipp und klar festgelegt. Damals sollte man Kinder in der Erntedankzeit zeugen, also das heißt in der Waagezeit bzw. in der Stierzeit, um dann auch kräftige und starke Kinder hervorzubringen. Also das sind so Mythen und wie sagt man Bräuche, die sich doch sehr, sehr stark überschneiden und hier kann man einfach sagen, dass den Menschen das Wissen zu 100% fehlt. Hier wurde einfach von einer Glaubensorganisation, wurde auf altem Wissen aufgepfropft und aufgestoppelt und man hat sozusagen das alte Wissen einfach sukzessive verdrängt. Und wir wissen ja, auf dem Scheiterhaufen gegen die Verordnungen der Luftreinhaltemaßnahmen wurden dann wissende Frauen, insbesondere das Kräuterwissen, aber auch magisches Wissen, wurden beseitigt, dass man dann über die Jahrhunderte ein Wissensmonopol erlangt hat. Und das gipfelt in der jetzigen Entwicklung, wo sozusagen viele ein Satansfon jetzt vor ihrem Gesicht halten und in Autos laufen, von der U-Bahn überfahren werden, wie es jetzt vor zwei Wochen im Winterfall war oder in einem Bus laufen oder in eine Grube fallen, weil sie nicht mehr in dieser Realität leben. Aber egal, auch wir haben unsere eigene Realität und die ist mental und mit dieser mentalen Realität können wir um 19.50 Uhr unheimlich Gutes bewirken. Wir können bitte auch mit unserer Gurkenglasmethode... Ja, also ich möchte, ich möchte von solchen Dingen nichts wissen. Coal, brauchst du nicht... Du weißt davon nichts. Wir machen einfach für dich, wir stecken dich ins Gurkenglasl, du bist glücklich, wir sind glücklich und wir haben eine Ruhe vor dir, alles bestens. Bitte, 19.50 Uhr, Liebe, Frieden, ganz wichtig, weil in der Ukraine wird mächtig gezündelt, Frieden, 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 wir können nur Frieden brauchen, Freude, ganz wichtig, Freude und Liebe. Und ansonsten, Video endet, hier endet dieses Video auch, wünsche ich dir einen großartigen Wochenbeginn und ich würde sagen, lassen wir die einzelnen Streikwunder geschehen, weil immer mehr Leute sagen, weil sie wollen ja jetzt das Gesundheitspersonal aus Indien beziehen und bevor das geschieht, würde ich sagen, sollten wir dann doch auch nicht nur auf der Straße, sondern auch betrieblich aktiv werden. In dem Sinne, einen großartigen Montag und einen großartigen Wochenbeginn, dein Astrowolf, Ende.